Guten Tag liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Sachsen Fernsehen Info. Wir befinden uns also heute hier am Paunsdorf Center. Und wir schauen uns die Eisbahn an, die hier aufgebaut ist. Wir haben hier zwei Almhütten. Man kann sich in den Almhütten aufwärmen. Und Schlittschuhe ausleihen. Und dann hat man Spaß für die ganze Familie. Und dann gibt es die Schenkmbreakers. Ach so, wie war ich mit dir? Ach so, ich bin ja. Schenk´. Ich bin ja. Das war noch nie. Das ist ein sehr schönes Wettbewerb. Bis zum nächsten Mal. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Sachsen-Fernsehen-Info, kommen Sie also ins Paunzdorf-Center Leipzig auf die Eisbahn mit Ihren Familien. Viel Spaß!